Ja, hallo Arne, grüß dich zum Interview. Meine erste Frage, die richtig ein bisschen aus Neugier kommt. Ich habe gehört, dass du in Hamburg wohnst und in einer Reeperbahn, also in dem Viertel da und dass du da auch irgendwie mit Menschen arbeitest oder Menschen zu dir kommen oder was? Erzähl doch mal einfach ein bisschen. Also ich bin irgendwie von nach einer Zeit des Rückzugs auf der Reeperbahn gelandet. Also ich habe im Mecklenburg-Vorpommern in einem Haus gelebt, zwei Jahre, und hatte das Gefühl, dass ich wieder zurück muss in die Welt und durch irgendwelche Zufälle kam dann die Möglichkeit, diese Wohnung zu übernehmen. Und da habe ich auf der Reeperbahn gelandet. Und mit Leuten arbeiten tue ich eigentlich eher im Privat. Das findet eigentlich eher am Küchentisch oder bei mir im Wohnzimmer statt. Die haben eine Weile auch noch eine kleine Meditationsgruppe mal geleitet oder sowas, aber mein Grundgefühl ist einfach, ich würde gerne mit Leuten was machen, wo man ein Vertrauensverhältnis hat. Das ist meine Erfahrung bisher. Vieles erst durch dieses Vertrauensverhältnis, weil man sich kennt und weil eine bestimmte Bereitschaft da ist, dass dadurch sich Prozesse ergeben oder Vertiefungen sich ergibt. Aber ich brauche jetzt auch gerade, da bin ich dabei, eine regelmäßige Gruppe aufzubauen. Kommen die Leute zu dir? Spüren die, dass da vielleicht ein bisschen Weisheit ist? Ja, am Anfang, das hat sich eigentlich so ergeben, dass die... Also ich habe lange Zeit überhaupt nicht daran geglaubt, dass das jetzt soweit ist, dass ich irgendwie damit rausgehen könnte. Also ich habe das schon in einem Interview gestern mit Roman ausführlichst erzählt und werde es jetzt nicht noch so vertiefen. Aber es ist halt in mir immer ein großer Zweifel an dem. Schon immer. Es hat vor zehn Jahren eigentlich schon mal einen Riss gegeben und seitdem ist es ein einziger Prozess von sich wieder verlieren und es wiederfinden und wieder eine Öffnung, Zusammenbrüche. Der Versuch, nochmal einen richtig ordentlichen Beruf zu lernen, wo ich mein Wissen quasi in Filmerform weitergeben kann oder andere Leute filmen kann. Und jetzt ist es irgendwie an den Punkt gekommen, wo eigentlich immer mehr Leute auftauchen, wo eine Vision auftaucht, was man tun kann, um Stille und Vertiefung Leuten zugänglich zu machen. Und dafür gehe ich jetzt. Für mich heißt das Projekt Rebellion der Stille. Und ich arbeite halt mit so ein paar Leuten um mich rum, die eigentlich eher Freunde, ehemalige Freunde, Leute, wo ich früher halt philosophieren konnte. Und die jetzt merken, dass auf einmal sie sagen, hey, zeig uns das. Ich möchte auch. Oder ich will auch aus dem Blödsinn hier raus. Rebellion der Stille, also das klingt nach Veränderung, nach Protest. Ich sehe das eigentlich so, dass wir also auch gesellschaftlich in einer Veränderung sind. Eigentlich seit den 60er, eigentlich schon seit den 40, 50er Jahren, seit der Rock'n'Roll eigentlich aufgetaucht ist. Und das bewegt sich ja was in unserer Welt. Es ist so, dass die Leute einfach in so einer Rebellion immer stärker, also die Jugend braucht quasi heutzutage irgendeine Art von Rebellion, um sich quasi von der Gesellschaft abzusetzen. Und dann rebellieren die eine Weile und dann gehen sie irgendwann wieder in diese Gesellschaft rein und sind wieder Teil davon. Und ich habe das Gefühl einfach, ja, viele Leute sagen das mit 2012 und dass da große Veränderungen kommen und so weiter, aber ich habe eher das Gefühl, dass es nicht so ein zeitliches Punkt ist, sondern dass es eher ein kontinuierlicher, sich schneller entwickelnder Prozess ist, in dem unsere wahre Natur uns immer mehr offenbart wird. Wir haben jetzt eine Zeit erlebt, wo unglaublich viel, früher waren es nur Einzelne, Osho oder auch immer, da irgendwie plötzlich der Erleuchtete war, wo man hingegangen ist. Seit Papaji in den 90ern sind es auf einmal immer mehr Leute, die Satsachen geben. Und wir leben jetzt in der Zeit, wo Erwachen einfach nichts so Besonderes mehr ist. Und ich empfinde es auch nicht als das, was ich früher gedacht habe, was es ist, als dieser Big Bang und dann, sondern ich empfinde es als eine konstante Vertiefung und eine Selbstbeobachtung da drin. Und Rebellion der Stille ist für mich so ein Synonym dafür, dass die Stille selbst, also unsere wahre Natur, unser Urgrund, das, woraus eigentlich alles hier entsteht, einfach die Schnauze voll hat von diesem Unbewusstheit und dieser Separation. Dass einfach diese Ausdrücke, die ich jetzt genannt habe, die mit Jugendkulturen zu tun hatten und so weiter, nur Formen waren, wo eigentlich so eine Art Weckruf, wo gesellschaftsverändernde Weckrufe stattgefunden haben, woraus dann die Beatles nachher zum Maharishi ja auch gegangen sind, woraus die Hippies eigentlich sich dann nach Indien begeben haben und Gurus gesucht haben, dass so eine innere Rebellion in den Menschen ist gegen ein System, was am Anfang scheinbar im Außen ist, in Wahrheit aber in uns drin ist. Weil diese äußere Welt ist nur der Ausdruck unserer inneren Welt. Das Imperium, was wir draußen sehen, das, was wir gerade erleben, dass das Bankensystem auf einmal anfängt zu wackeln, dass das Gesellschaften, Formen global zusammenbrechen, das ist aber ein äußerer Ausdruck eines inneren Raumes. Weil in uns ist dieses Imperium drin. Naja, ich würde sagen, in uns ist Egozentriertheit, also dass die Menschen aus dem Ego leben und das spiegelt sich im Äußern in den Strukturen der Gesellschaft. Dieses Ego nenne ich Imperium. Also das ist ja quasi wie ein Imperium, was aufgebaut wurde über unser ganzes Leben. Es sind Konditionierungen, es sind Glaubenssätze, auf denen unser ganzes System aufgebaut ist, auf denen ein Imperium, ein System aufgebaut ist unter uns. Ein System, was so fest ist, dass wir nicht mehr sehen, was die Wahrheit ist. Dass wir in diesem Moment lebendig sind. Und dass nur dieser Moment wirklich erfahrbar ist. Dass der Geist eigentlich nur ein Computerbildschirm ist, den wir in diesem Moment vorklappen, um einfach mal zu gucken, was war gestern, was passiert morgen, was habe ich noch zu tun, der und der mit dem und dem und so weiter und so weiter. Und dann klappt man ihm wieder beiseite und geht durch die Straße und genießt seinen Gang. Wir laufen durch die Welt permanent mit so einem Computerbildschirm vor der Nase. Und wir registrieren das nicht mehr. Also wenn, Beispiel, jetzt sind wir hier in Berlin und in Hamburg kenne ich jede Ecke der Stadt. In Berlin muss ich wach sein. Ich muss genau hingucken, in welche Richtung ich gehe. In Hamburg habe ich das einmal gesehen, also jetzt ist es nicht mehr so, aber so ist es, wenn man das gewohnt ist. Man hat diese Straße abgespeichert in seinem Geist. Man geht durch die Straße durch und sieht nur das, was man eigentlich abgespeichert hat. Man guckt nicht mehr genau hin. Man ist nicht mehr da. Man geht nicht einfach nur Schritt für Schritt auf der Straße und schaut sich das an, was da ist. Nein, weil wir sind beschäftigt mit unseren geistigen Inhalten. Und ein kleiner Bildschirm unseres geistigen Ablaufes ist, jetzt sitze ich hier, also so ein Navi. Wir laufen eigentlich nur durch so ein Navi durch. Und wir sind nicht da. Und das Leben findet einfach hier statt. Es findet genau in diesem einzigen Augenbild statt. Und der Rest ist einfach nur ausgedacht. Und er dient uns, dieses Denken dient uns ja die ganze Zeit. Es dient uns dazu, den einen Moment mit dem anderen zu verbinden, Dinge aufzubauen. Evolution wäre ohne Denken ja für uns Menschen jedenfalls gar nicht so möglich. Also eine Entwicklung, ein Wissen, das war gestern, das kommt morgen, Lernen. Aber das ist alles nur Abspeicherung, die uns nicht das zeigen kann, was wirklich wahr ist, was das Leben ist. Es ist ein Diener. Der Geist ist ein Diener und nicht der Hauptakteur in diesem Phänomen. Dieses Phänomen, was wir jeden Moment wahrnehmen. Das Phänomen, was Leben heißt. Und praktisch diese innere Revolution, von der Ego-Struktur wegzukommen, wobei keiner ist, der da wegkommt, sondern das passiert im besten Fall einfach, das verbindet sich dann automatisch mit einer Änderung in den äußeren Lebensstrukturen. Siehst du das so? Ich sehe, dass es keinen Unterschied zwischen innen und außen gibt. In unserer äußeren Welt ist es eine Erscheinungswelt, die in uns letztendlich stattfindet. Denn wo wird sie ja wahrgenommen? Letztendlich passiert immer nur ein Moment. Und der Rest wird sich vorgestellt. Und ich spreche auch nicht unbedingt von der Revolution, sondern von der Rebellion. Rebellion, das heißt, Revolution wäre, als ob die Stille plötzlich alles übernimmt und nur noch absolut Blankness da ist. Und darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass die Stille die Basis wieder wird unseres Lebens. Dass die Stille uns das Leben zeigt in diesem Moment. Und das heißt, ich spreche nicht von einer unlebendigen Stille, die irgendwie tot ist, sondern ich spreche eher von einer wirklich lebendigen Stille, die voller Freude ist an diesen Erscheinungen. Aber man kann die Erscheinungen ja erst genießen in dem Moment, wo man weiß, dass man nicht die Erscheinung ist. Und dass die Erscheinung nur eine Erscheinung ist und nicht die absolute Wahrheit. Man kann das mit Menschen teilen, aber den Drang dahin, die Sehnsucht nach Wahrheit, nach Stille, die muss irgendwie von innen kommen. Ich sehe es halt so, dass viele Menschen diese Sehnsucht nach Stille haben und auch spirituelle Wege gehen, aber die Konsequenzen gar nicht wirklich auf sich nehmen wollen. Dass nämlich aus Spiritualität wieder eine neue Idee wird. Dass wir eine wunderbare, wir haben so tolle Meister haben können. Und gerade wenn man sich in dieser Szene aufhält oder man mal guckt, dass es so viele Leute gibt, die, in welchem gerade auch immer, aufgewacht sind oder erleuchtet oder wie auch immer, aber eigentlich alle von dem Gleichen sprechen. Von der einen Wahrheit, die sie ja dann erkannt haben. Und so viele Leute da sitzen und gucken und, ja, es fühlt sich alles toll an. Aber eigentlich wollen alle gemein, sind sie eigentlich nur daran interessiert, Wellness zu machen. Ein bisschen Abstand von diesem schmerzhaften Leben, was sie führen. Die letztendliche Konsequenz, das komplett zu hinterfragen, was hier wirklich wahr ist, das wollen die meisten Leute nicht. Die wenigsten Leute gehen wirklich zu einem Lehrer und sagen, okay, zeigt mir wirklich die Wahrheit. Oder sind bereit, einfach zu sagen, hey, ich gehe absolut in die tiefe Stille rein und ich lebe mein Leben nur noch von hier aus. Weil ich verstanden habe, was Papaji, was Ramana, was Osho gesagt haben, was uns das Zen beibringen wollen. Das es nur hier und jetzt gibt. Ich habe das in den Büchern gelesen und jetzt mache ich das. Jetzt setze ich das erhoben. Und zwar Moment für Moment für Moment. Und ich gucke mir genau an, was hindert mich eigentlich daran, einfach nur diesen Moment so zu erleben, wie er ist. Warum bin ich die ganze Zeit mit meinen Geistesinhalten beschäftigt? Was ist eigentlich der Grund? Ja, meistens wird es aber so dargestellt, dass es ein Apfel fällt vom Baum, wenn er reif ist. Kannst du vorher schütteln und machen oder dann hast du höchstens einen unreifen Apfel, aber kein... Ja, du kannst es natürlich nicht. Schütteln oder sonst wie was. Das ist Blödsinn. Gleichzeitig kam... Also da komme ich vielleicht auch aus dem Zen. Weil ich habe Rinsa-Sen gemacht und dabei ist es so, du wirst so lange gepusht bis zu dem Punkt, wo du einfach aufgibst. Wo du erkennst, dass du eigentlich nichts tun kannst. Und diese Art von, das wirklich ans Limit zu bringen, hat mir gedient. Bis zu dem Punkt, ich habe einfach alles versucht, bis ich aufgegeben habe. Und auf einmal wird alles klar, dass eigentlich alles so ist, wie es ist und alles fällt so langsam, sehr langsam. Ich bin halt auch sehr langsam. Alles an seinem Platz. Du hast gesagt, Leute kommen zu dir. Sind das auch Leute so praktisch, das sind ganz normale Leute. Also jetzt sage ich mal praktisch, es braucht keine spirituelle Vorbildung oder was. Also ist auch meine Beobachtung, dass Leute einfach erwachen, die vielleicht noch nie irgendwie im Äußeren mit Spiritualität eine Berührung hatten, wo es einfach passiert, aus heiterem Himmel. Und die dann nachher vielleicht sich dann interessieren dafür und gleich oder andere Menschen suchen, wo Ähnliches passiert ist. Ich habe auf einer Hoa-Party, ein Mädel, plötzlich sitzt dich neben mir, ist vollkommen still. Und ich dachte, ist die jetzt schüchtern? Und spreche sie dann irgendwie an. Wir haben stundenlang geschnackt und erzählt sie mir ihren Prozess. Und sie hat zehn Jahre lang einfach nur gekifft. Und irgendwann mal gesagt, ey, ich verpenne hier mein ganzes Leben. Und hat damit konsequent aufgehört. Und auf einmal irgendwas passierte. Und die konnte sich das nicht erklären. Und ich konnte ihr plötzlich von Eckart Tolle und von Büchern, die ich ihr empfehle, irgendwie erzählen und von Prozessen, das Aufwachen. Sie hatte total Probleme, weil sie sagte, ich bin einfach nur, ich sitze da rum und meine Freunde wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Die finden mich komisch. Aber ich habe nichts mehr zu sagen. Es ist einfach so still. Und das war eine ganz tolle Begegnung, wo ich da einfach dachte, boah, jetzt haben mich tief berührt, dass Leute irgendwie rumlaufen und von dieser Stille berührt werden. Und sie vollkommen aus sich heraus transformiert werden. Und das ist für mich ein Beweis für das, was ich fühle, ist einfach, dass diese Stille einfach uns alle jetzt langsam schnappt. Und jeder, der das irgendwie wirklich vom ganzen Herzen möchte, die Möglichkeit hat, einfach in diese Stille reinzurutschen. Und was auch immer dann passiert, ob das Erleuchtung ist, ob das Auffahrt, wie auch immer. Diese ganzen Konzepte sind ja völlig hinderlich. Ich glaube, dass jemand, der diesen ganzen Krampel nicht gelesen hat und der wirklich voller Liebe und Ehrlichkeit einfach nur die Wahrheit hört und dann auf einmal sagt, ja, stimmt, es gibt ja nur einen Moment. Warum bin ich eigentlich in der Zeit mit Vergangenheit und Zukunft beschäftigt? Und das konsequent vielleicht durchzieht und anfängt zu meditieren, um herauszufinden, wie kann ich dem treu bleiben? Dass das viel einfacher funktioniert als Leute wie wir, die wir irgendwie in den ganzen Kram reingezogen haben, bis zum Gehtnichtmehr und eine Welt voller Vorstellungen wieder von Neuem aufgebaut haben. Was denn das nun ist? Und sich immer fragen, ja, es ist nicht beschreibbar, man kann es nicht in Worte fassen. Klar, das letztendlich kann man nicht in Worte fassen. Aber daran erinnern, so wie Papaji einfach nur immer wieder daran erinnert hat, so wie in jedem Satz sein eigentlich immer nur daran erinnert wird und auf diese eine Wahrheit verwiesen wird, das ist durchaus möglich. Und das ist eigentlich ganz, ganz einfach. damit wir diese ganzen Blödsinn, die wir irgendwie denken über die Sachen, einfach mal beiseite tun und da sind, wo wir sind. Und zwar jetzt, vor dem Bildschirm. Jetzt, da du, der du das siehst, hast genau die Erfahrung, die du gerade machst. Und das ist es. Das zu akzeptieren, dass es nur das ist, das fällt dem Geist ganz schön schwer. Dass es nur dieses hier Sitzen gibt. Dass es nur einen Körper gibt, der hier sitzt. Und dass innerhalb dieses Körpers Gedanken erscheinen. Und dass dieser Körper und diese Gedanken und diese Welt einfach nur gesehen wird von einem stillen Beobachter in uns. Wir nennen ihn immer den Couch-Potato. Da gibt es wie so einen dicken Couch-Potato, so einen kleinen Buddha, der eigentlich in uns drin, ohne immer mit so einem offenen Mund, weil er sagt nichts. Der sieht aber alles. Der sieht halt die Schönheit genauso wie die Schrecklichkeit dieser Welt und der geistigen Inhalte. Der sieht die ganze Zeit zu, während Geistesinhalte passieren und der Körper durch diese scheinbare äußere Realität geht. Bloß dieser Couch-Potato hat so dermaßen, das hat man ja nicht den Couch-Potato, weil er sich ja diesen Film anguckt, der hat so dermaßen die Nase am Bildschirm, dass er nicht sieht, dass er selber einfach nur vorm Fernseher sitzt und sich den Film von dieser Person hier anguckt. Aber was passiert, wenn der einfach mal sich entspannt und einfach mal guckt, was hier wirklich los ist? sich ein paar Nachos nimmt und sich über den Bauch streichelt und man denkt, hier ist es. Hier bin ich. Das bin ich. Das da draußen ist ein Film. Ich kann den Film sehen. Ich kann ja nicht der sein, den ich sehe. Alles, was erscheint, wird ja geschaut. Also ich kann ja nicht die Erscheinung sein. Die Krux ist natürlich, dass es letztendlich alles eins ist, aber das ist ein anderes Thema. Ich finde es interessant, das einfach mal so genau zu betrachten. Also die Welt als Dreifältigkeit von Gedanken, Gedanken und Emotionen. Also Gedanken lösen Emotionen aus. Die Emotionen sind wie eine Verbindung zum Körper. Sie werden aber durch Gedanken ausgelöst. Und die physische Welt, der Körper, die Dinge, das Glas, der Raum, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Das sind diese zwei Ebenen, die wir konstant wahrnehmen. Die meiste Zeit sind wir bloß in diesem Computerraum da oben. Diesem Bildschirm beschäftigt, der immer vor die Realität geklappt wird. Aber es gibt in uns jemanden, der das Ganze sieht. Oder wo einfach Sehen passiert. Oder wo einfach Sehen passiert. Das ist, weil jetzt in Ihren Worten, also ich mag einfach figürliche, Darstellungen, damit ich das mir vorstellen kann. Es geschieht ein Schauen. Es ist natürlich nicht figürlich. Das ist einfach nicht, das ist nicht fassbar. Dieses Bewusstsein. Das reine Bewusstsein. Was genau in diesem Moment einfach am Schauen ist. Und es ist dabei egal, ob wir gerade sehr bewusst sind oder ob wir sehr unbewusst sind. Das Bewusstsein ist das Bewusstsein, was dahinter steht. Ohne Bewusstsein wären wir uns nichts bewusst. Logischerweise. Also muss es ja etwas geben, wo all das hier ankommt. Es gibt ja etwas, was all das hier sieht. Was diesen Gedanken sieht und was diesen Körper und die Erscheinungen sieht. Was aber nicht selber gesehen werden kann, so wie ich nicht mein Gesicht sehen kann, wenn ich nicht einen Spiegel habe. So kann dieses Bewusstsein sich selbst auch nicht sehen. In diesem Moment erscheint diese Situation so, wie sie ist. Und es geschehen Gedanken über diese Situation so, wie sie ist. Und alles beides wird von dieser dritten Instanz einfach gesehen. Das ist unsere Realität und unser gegenwärtiges, ewiges Sein. Eine Erscheinung, der Kommentar zur Erscheinung, die Planung zur Erscheinung, die Emotionalität zu den Erscheinungen, in den Erscheinungen und ein Bewusstsein, was das gerade sieht, was ist. Der Rest ist eine Vorstellung. Und der Verstand wird nur funktional benötigt, im Grunde, wenn was zu überlegen ist. Der Verstand, also ich sage lieber der Geist, weil für mich der Geist eher eine höhere Dimension auch hat. Also, wie gesagt, ich versuche das einfach so runterzubrechen. Ich versuche auch nicht nur in diese alten Konzepte von Emotionalität und Emotionalkörper und all diese ganzen nicht, dass das jetzt falsch ist. Aber ich versuche es einfach runterzubrechen auf die einfachste, rudimentärste Art und Weise, wie ich diesen Moment wahrnehme. Und was mir geholfen hat, das zu verstehen. Was einfach auch immer mehr zu einer Vertiefung geführt hat. Dass da ein Geist ist. Und der Geist in deutscher Sprache ist ja wunderbar, weil es gibt da ja diese zwei Bedeutungen. Es ist einmal wie ein Ghost, der Geist und einmal the Mind. Im Deutschen ist das beides das Gleiche. Vom Wort her. Der hat sicherlich noch ganz andere Dimensionen. Der hat vielleicht auch die Fähigkeit zu reinkarnieren und es gibt eine ganze Welt, die innerhalb dieses Geistes funktioniert. aber das interessiert mich in diesem Moment eigentlich gar nicht. In diesem Moment nehme ich eine Ebene des Denkens wahr und ich weiß, da gibt es wie so Festplatten irgendwo im Hintergrund, wo meine Erfahrungen abgespeichert sind und auf die kann ich immer schnell zugreifen. Die ist auch Teil des Geistes. Unterbewusstsein, Speicherungsapparat, was auch immer man da so sagen will. Aber das ist alles geistige Welt, die quasi die die ablaufenden Momente miteinander verbindet. Immer gibt es dieses reine Schauen dahinter. Es sieht die Geisteswelt, es sieht die physische Welt. Man kann es nicht fassen, man kann es nicht benennen, es hat keine Qualität, es ist einfach das, was schaut, das, was sieht, das, was fühlt. Ramana nannt es das wahre Selbst. Das ist aber wiederum eine Vorstellung, dass das jetzt das wahre Selbst ist. Ich versuche alle Vorstellungen, soweit es geht, zu vermeiden, um es irgendwie auf diesen kleinsten Punkt zu bringen, der möglich ist, dass einfach in diesem Moment diese Erfahrung gemacht wird. Sie passiert nicht im nächsten Moment, weil der nächste Moment nur eine Vorstellung im Geist ist. Es ist eigentlich total simpel. Wir müssen dem bloß mal nachgehen. Wir verstricken uns immer wieder aufgrund irgendwelcher emotionalen Verbindungen und irgendwelcher Wünsche, die halt eben irgendwo immer in der Zukunft sind, mit einem unglaublichen Monolog im Kopf, mit einem unglaublichen Bildervielfalt, die wir über diese Realität projizieren. Es ist ja eigentlich so, dass wir hier durch die Welt laufen und die ganze Zeit ein Film noch mal extra auf diese Realität projiziert wird, nämlich unsere Geistesinhalte und das, was wir über die Welt denken, wer wir sind, was wir zu tun haben, etc., etc., wie der über uns gedacht hat, und, 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 und. Ja, die eigentliche Wahrnehmung wird oft überlagert von einem Bild, was man schon im Kopf hat, wie es zu sein hat. Wie es zu sein hat, wie die Dinge sind. Aber dieses wirklich mal hier ankommen und was hier eigentlich für diesen Moment für ein Phänomen stattfindet, dass hier ein Körper stattfindet, dass hier die Möglichkeit für Wahrnehmung stattfindet, dass hier unglaublich viele Eindrücke auf dieses Bewusstsein einprasseln, das vergessen wir, weil wir so mit diesem Planungsorgan beschäftigt sind. Und das richtige Fühlen findet eigentlich im Herzen, also im Körper direkt statt. Mich hat dieses Ding berührt, dass Ramana in seinem Buch sagt, wo kommen denn die ganzen Gedanken her? Wenn du genau forschst, kommen sie direkt aus deinem Herzen, aus diesem Punkt, den du nicht kontrollieren kannst. den du aber fühlen kannst. Jeden Schlag deines Herzens kannst du in diesem Moment fühlen. Und irgendwie poppen dann da Gedanken auf. Die sind letztendlich, so ist seine Empfehlung in der Selbsterforschung, wieder zurückzuführen und die Wurzel und die Wurzel ist im Herzen und dann ist Stille. Weil wir in dieser Stille genau schauen, kommen wir plötzlich erstmal in diesem Körper wirklich an. Wir sind ja überhaupt nicht in unserem Körper. Wir fühlen ja gar nicht, wie der Körper sich gerade jetzt gerade anfühlt in diesem Moment. Wir haben uns aktiv bewegen, damit da irgendwie Leben in Körper kommt. Aber warum? Jetzt, wo ich hier sitze und still bin, ist der Körper doch da und sitzt hier. Und der Geist plappert einfach nur oben drüber. In diesem Moment plappert noch nicht mehr der Geist, das plappert einfach mehr. Das ist dann das Phänomen, was ich dann entdeckt habe, dass hier eigentlich gar niemand ist, der redet. Weil alles, was ich hier darüber zu denken habe, ob das jetzt gut ist, was ich hier gerade erzähle oder nicht, ob da totaler Schwachsinn ist, was so nebenbei nochmal irgendwie als Gedanken durchläuft, ist nur ein Kommentator. Weil letztendlich reden geschieht, Körper geschieht, das ganze Leben einfach nur geschieht und ein stiller Raum ist, der das einfach nur beobachtet, der einfach nur daran teilnimmt und der alles fühlt, was zu fühlen ist. Die Aufmerksamkeit, die im Geist liegt, die erlaubt mir aber erst, das Ganze wirklich zu fühlen. Also erst, wenn ich mein Bewusstsein auch wieder in den Körper leide, zurückbringe, ist es mir möglich, die Realität zu fühlen, wie sie ist. Deshalb ist es gut, Meditation zu machen oder Yoga zu machen oder was auch immer, einem hilft, wieder zurückzukommen im Körper. Ich glaube, dass zum Beispiel das Phänomen dieser Yoga-Bewegung eigentlich darauf basiert, dass die Stille eben das Yoga benutzt, damit die Leute mal wieder zurückkommen, damit sie mal wieder fühlen. Wir haben mit dem Computer das perfekte Abbild unseres Geistes erschaffen. Wir haben lange am Computer gearbeitet, von daher ist mir das Phänomen irgendwann vollkommen klar geworden, das ist nichts anderes als ein Computerprogramm hier oben. Aufgespeichert mit all diesen ganzen Erinnerungen und fertig gemacht dafür, bestimmte Dinge zu tun, Fertigkeiten gelernt, aber auch Schmerzen und all die ganze Scheiße, die wir in unserem Leben erlebt haben, ist alles da drin abgespeichert. Das Problem meiner ganzen Geschichte ist halt, wenn wir hier wirklich mal ankommen in diesem Moment, wenn wir hier wirklich in diesem Herzen hier ankommen in diesem Moment und wirklich mal still werden, dann poppen von innen diese komischen Gefühle hoch, die wir am Anfang nicht definieren können. das Gefühl ist am Anfang noch gar nicht klar, aber irgendwann gibt es vielleicht eine Information im Geist, wie man dieses Gefühl bezeichnen kann, aber am Anfang ist es vielleicht einfach nur unangenehm. Wenn man sich hinsetzt und einfach nur still ist, sitzt man eine Weile still, dann poppt wieder ein Gedanke nach oben und man sollte dieses ach, du musst daran denken, das musst du noch bezahlen und ach, na, okay, jetzt meditieren wir mal ein bisschen und ach, wir haben nachher Abwasch, ah, hier, kommt noch Klaus und so. Aber in Wirklichkeit sind es immer Impulse der Angst, Impulse der Trauer oder Impulse des Zorns oder des Widerstandes, die irgendwas in uns hochholen. Und die einfach zu fühlen, weil das sind die Dinge, die nun mal jetzt da sind, fällt uns unglaublich schwer. einfach zu akzeptieren und anzunehmen, dass da einfach ein scheiß Gefühl gerade ist und dass es sich verdammt unangenehm anfühlt und dass wir am liebsten jetzt uns ablenken wollen. Also das Gefühl fühlen ohne den Inhalt, also ohne die Story, ohne den gedanklichen Inhalt. Vielleicht ist es ja manchmal dann auch gut, wenn man dann weitergeht, irgendwie auch die Story sich mal genauer anzugucken und therapeutische Arbeit zur Hilfe zu nehmen, wenn sowas hochpoppt. Also mir hat das sehr gedient, aber mit meinem spirituellen Lehrer therapeutische Arbeit zu machen. weil wenn man zum normalen Therapeuten geht, der will einem nur wieder erzählen, dass man jemand ist. Was die Feststellung, dass hier eigentlich nur eine permanente Wahrnehmung stattfindet, dass eine Person stattfindet, dass eine immer wieder neue Identifizierung mit dieser Person einfach stattfindet, davon kann der einem nichts klar machen und das macht es dann natürlich ein bisschen schwierig. Und daher ist natürlich jemand, der irgendwie einen spirituellen Kontext hat und mit jemandem Therapie machen kann, ein Segen für jemanden, der wirklich daran interessiert ist, weiter in die Tiefe zu gehen und herauszufinden, was wirklich wahr ist. Also ist das ein fließender Übergang zwischen Therapie und Satsang? Ne, also ich bin ja kein Therapeut. Ich habe auch keine therapeutische Ausbildung oder irgendwie sowas. Ich habe heute vier Jahre Mysterienschule bei oben gemacht, wo ich viel über das Enneagramm gelernt habe und das für mich als eine Basis sehe, um Leuten zu erklären, was bei ihnen in ihrer Persönlichkeitsstruktur jetzt gerade vonstatten geht, das ergibt sich dann nach einer Weile, wenn man das ganz gut kennt. Da ist es halt klar, wie da die Mechanismen, das ist aber wie Mechanik, die man irgendwann versteht, das ist einfach, das Hirn ist einfach nur eine mechanische Maschine. Gurdjieff hat gesagt, der Mensch ist eine Maschine und diese Aussage hat er getroffen aufgrund seiner Kenntnis des Enneagramms, der Persönlichkeitsfixierung insbesondere. Und so laufen da einfach nur immer wieder neue Programme ab, wo man wirklich im Kern ganz genau hingucken kann. Mir hat das Enneagramm als Basis dieses Hinguckens im Geiste auch sehr gedient. Weil wenn man dann still ist, kommen diese Sachen einfach immer mehr hoch. Das habe ich besonders in meinen fünf Jahren im Zen gemerkt, wo ich eine Gruppe geleitet habe und die Leute dann zu mir gekommen sind und alle eigentlich nur nicht wussten, wie sie damit umgehen konnten. Was denn nun alles hochkommt, wenn sie da einfach in Stille sitzen. Wenn sie konsequent eine halbe Stunde in Stille da sitzen, sich nicht mehr bewegen und sich einfach nur in sich reinführen und beobachten. Da kommt der ganze Müll kommt dann hoch. Weil er zum ersten Mal richtig gefühlt wird. Zum ersten Mal wird er wahrgenommen, was eigentlich hier los ist. Und aufgrund dieser Tatsache, dass sich das einfach nur unangenehm anfühlt, müssen wir uns permanent beschäftigen, müssen wir permanent weglaufen, müssen wir permanent planen und müssen wir unser Leben vollstopfen mit all dem. Und Spiritualität in dem Sinne, wie ich sie wirklich als eine ernsthafte Untersuchung von dem, was hier wirklich passiert, verstehe und so wie ich es von meinem Lehrer zum Glück vermittelt bekommen habe, ist einfach nicht angenehm. Im Satz sein ist immer, hey, du bist das schon, alles gut, guck doch hin, genieß den Moment. Klar geht es um darum, den Moment zu genießen und nichts ist dagegen einzuwenden, den Moment zu genießen, wenn Genuss da ist. Aber wenn ich hier sitze und plötzlich still werde und plötzlich ein unglaublicher Schmerz irgendwie sich da plötzlich breit macht und langsam oder irgendeine Angst plötzlich in mir hochkommt, hey, das ist nicht angenehm, dann hier zu sitzen. Aber wenn ich dann ernsthaft bin, dann bleibe ich damit sitzen und erforsche dieses Gefühl so lange bis in seine Tiefe, bis es sich irgendwann wieder auflöst und dann taucht ein anderes Gefühl auf. Diese Konsequenz muss man bloß haben und dann muss man bei der Stange bleiben, also das ist jeweils meine Erfahrung. Und da gibt es halt die Glücklichen, bei denen es Big Bang macht und dann aber ob das nun das Ende der Fahnenstange ist, das wage ich dann auch zu bezweifeln. es geht ja auch daran, danach, vielleicht sogar noch viel intensiver weiter. Der Lehrer, der mit dir Therapie gemacht hat, was du eben erwähnt hast, das war nämlich an oben. und wie sah das praktisch aus, wenn ein spiritueller Lehrer oder wenn er Therapie gemacht hat? Darüber kann ich nichts sagen, weil die innere Arbeit, die Omen anbietet, findet mit gutem Grund im Verborgenen statt, also nicht im Verborgenen, aber jeder von uns hat einfach ganz klar gesagt, ein Einverständnis ergeben über die Inhalte von dem, was da passiert, keine Aussage zu machen, weil das auch wichtig ist, weil darüber nur wieder neue Gedanken entstehen. Mysterienschule, die er angeboten hat, ist halt ein sehr intensiver Raum, um innere Arbeit und innere Erforschung zu machen, aber das ist halt sein Weg und das ist der Weg, den ich gegangen bin, es ist ein, mir hat sehr viel gebracht, aber es hat auch sehr viel, hat mir auch sehr viel Leid gekostet und es hat sehr, war auch sehr, sehr anstrengend. Manchmal habe ich mich oft im Nachhinein gefragt, ob es nötig gewesen wäre, für mich war es wohl nötig, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt für jeden nötig ist, sowas zu machen. Vielleicht reicht es auch, einfach nur immer, immer stiller zu werden und immer tiefer zu gehen und jede Möglichkeit, die man bekommt, zu nutzen, um sich genau seine Geistesinhalte spiegeln zu lassen. Meine Erfahrung ist, dass es eine Entscheidung bedarf. Es braucht eine ganz klare Entscheidung. Wenn man das verstanden hat, dass dieser Moment alles ist, was das Leben ausmacht, genau dieser Moment, so wie er ist, dass das jetzt meine Erfahrung ist, dass das alles ist, worüber ich wirklich sprechen kann und was ich auch wirklich beweisen kann, nämlich dies hier, wenn ich das mit meinem normalen Verstand begreife und sage, okay, ich möchte hierbleiben, da rattern die ganze Zeit Gedanken in heute, eigentlich ist das doch hier, das Leben findet doch hier statt. Dieses jetzt hier vor dem Computer sitzen, das ist das Leben so wie es ist. Aber da kommen denn tausende von Sachen, aber das muss man mit einer Konsequenz weiterverfolgen. Und diese Konsequenz heißt, die muss man eigentlich immer wieder jeden Tag eigentlich aufs Neue sich darüber für entscheiden. Das heißt zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, ich möchte jetzt hier die Realität und zwar jetzt die Realität, nur hier. Und dann passiert natürlich dieser ganze Apparat und der läuft und der läuft, aber man macht immer wieder den Cut. Hier ist das Leben, hier ist das Leben. Ich habe so das Gefühl, das ist dann als ob man einen Ruf aber, wenn man diese Entscheidung in der vollen Inbrunst seines Herzens macht, für mich war es oft einfach dieses Mein Gott, ich will nicht mehr, ich habe so die Schnauze voll von diesem Wahnsinn hier. Das war ein Schrei aus meinem tiefsten Herzen und dann aber auch die Konsequenz dabei bei dieser Entscheidung zu bleiben und sich dann alles vorführen zu lassen. Es ist so, als ob das Universum einem dann richtig zeigt, was hier eigentlich abgeht gerade und was für ein Blödsinn ich mich beschäftige und das wird gespiegelt in äußeren Ereignissen. Dann können die Unglaublichsten schlimmsten Dinge passieren. Meine Freundin verlässt mich, ich wird meinen Job los, all die schlimmsten Ängste, vor denen wir große Angst haben, könnten passieren. Aber wenn ich mich einmal entschieden habe, kann ich das nur noch als Erscheinung, also als äußere Erscheinung meiner Konsequenz sehen und einfach nur in dem bleiben und das zu fühlen und da bei mir zu bleiben und das tief in meinem Herzen einfach zu fühlen, das wahrzunehmen und was auch immer passiert. Und wenn diese gesamte Welt zusammenbricht, ich bleibe in dieser Stille, ich bleibe wach und ich gehe weiter. Das heißt nicht passiv zu bleiben und jetzt so bricht halt alles zusammen und ich weiß ja gar nicht was ich tun soll. Das habe ich teilweise auch gemacht. Ich saß dann da und was ich soll jetzt machen. Nein, aber weitermachen das, was die Impulse kommt und passiert im Außen einfach bewusst als Resultate dieser konsequenten Erscheinung zu sehen und durch alles durchzugehen, was einem dann gezeigt wird. Ist deine Erfahrung auch, dass in dem Fokus hier jetzt, dass da dann auch Sachen verbrennen? Emotionen und Strukturen, die vielleicht erst nochmal sich ganz richtig zeigen in all ihrer Intensität und vielleicht sogar Schrecklichkeit aber die dann irgendwie sich auflösen. Das verschwindet dann einfach. Man muss bloß dabei bleiben und nicht auf dieses Drama aufsteigen. Natürlich ist das Drama da. Man ist dann alles kommt hoch. Das ist emotionales Chaos. Weil man nämlich gesagt hat, okay, ich möchte wissen, was hält mich hier eigentlich davon ab, in dieser Gegenwart zu bleiben, und dieses Leben als das zu erfahren, was es wirklich ist. Und auch mal die ganzen Ideen von Glückseligkeit und Friede, Freude, Eierkuchen erstmal eine Weile zu vergessen. Weil es ist nicht schön, mich pur und nackt zu fühlen und meine ganze Struktur zu fühlen, die immer mehr den Anschein hat, zusammenzubrechen. Es gibt dann immer weniger Dinge, an denen man sich festhalten kann. Das ist der unangenehme Teil dieses Prozesses. Wir haben ja die Vorstellung, hey, ich möchte so gerne Erleuchtung erlangen, weil dann bin ich aus dieser ganzen Scheiße raus. Dann interessiert mich das alles nicht mehr und dann sind meine Probleme gelöst und dann habe ich eine gute Zeit hier. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Die ganzen Sachen kommen nach oben. Es ist ein Kreuzgang. Letztendlich kommt mir manchmal unsere christliche Story von Jesus eher als ein Beispiel sich ans Kreuz nageln zu lassen und auch das Vertrauen zu verlieren und diesen großen Zweifel und Vater, warum hast du mich verlassen? Das war wirklich im ganzen Herzen diesen, den haben wir nämlich diesen, wir tragen dieses, warum hast du mich verlassen? Was soll die ganze Scheiße hier eigentlich? Warum bin ich hier auf der Welt? Was soll der? Was ist der Sinn des Lebens? Aber wenn ich weiß, dass dies hier nun mal alles ist, was ich erfahren kann, nur dies, dass dieser Moment nichts Besonderes ist, dass es nicht darum geht, immer Eierkuchen und Sahnetörtchen irgendwie zu bekommen, sondern dass es darum geht, als wenn man ein Glas Wasser zu trinken, was nichts Besonderes ist. Und dann darf es da auch kein Umzugeben, denke ich, weil dann, wenn ich mir sage, ich bin jetzt hier, damit Sachen verbrennen oder damit es mir gut geht oder damit ich bewusst bin, dieses Um zu, das funktioniert nicht. Ja, weil das ist, dieser ganze spirituelle Weg ist eigentlich totaler Quatsch. Wir bauen ja auch wieder eine neue Idee auf. Wir haben all diese Bücher gelesen, wir haben all dieses Weg, wir haben diese Landkarten, die uns weiße Meister versucht haben zu geben, damit wir diesen Weg gehen können, haben wir uns alle reingezogen. Wir wissen das alles und wir machen aber aus diesem Ding immer noch etwas, was in der Zukunft ist. Es gibt aber gar keine Zukunft. Es gibt nur die Erfahrung von dem, was hier jetzt gegenwärtig wirklich wahr ist. Der Rest ist nur eine Idee, ein Gedanke. Genauso wie das ganze Leben, was wir scheinbar leben, unsere Geschichte und unsere Vergangenheit und Zukunft auch nur eine Idee ist. Und wenn wir diese Konsequenz haben, das anzuerkennen und uns einfach fragen, okay, ich sehe ein, stimmt, es gibt nur diesen Raum gerade, es gibt diesen Körper und es gibt meine Gedanken darüber und es gibt natürlich die Gedanken über die Welt und über morgen und über gestern, aber auch das wird ja alles nur von diesem Moment aus gesehen. Wenn ich das für mich erkenne und sage, okay, wenn das wirklich alles ist, was ist, dann kann ich doch einfach mal anerkennen, dass das hier wirklich das Leben ist. Und dass dieses Leben vielleicht gar nicht so rauschend, besonders, außergewöhnlich voller Sahnetörtchen ist, sondern dass dieses Leben einfach nur dieses jetzt hier vom Computer sitzen ist, so wie es ist. Dass ich einfach mal fühle, wie man hinterher noch den Stuhl sitzt, wenn man tief durchatme und spüre, dass ich da bin. Und dass das jetzt Leben ist. Und dass ich aus diesem Leben hier, wenn all diese Vorstellungen vom Leben, von dem, was ich zu tun habe, wer ich sein muss, sein will, etc. etc. Und sich das alles immer mehr in so ein ich akzeptiere, was ist, ich, das löse sich alles auf in so eine Okayness. Das ist alles okay, das ist so, wie es ist. hey, du bist am Leben und du hast eine Macke, du hast totalen Blödsinn im Kopf und du hast einen Haufen Schulden und du hast eine Freundin, die irgendwie nicht freundlich zu dir ist und du hast sexuelle Probleme und du hast dieses und du hast jenes und du möchtest gern das und du möchtest gern das und ja, das ist so. Aber jetzt sitze ich hier und nehme all das wahr, dass diese ganzen Bedürfnisse, diese ganzen Tendenzen, diese Glaubenssätze, all das in mir drin ist. Erfahren tue ich nur jetzt hier die Gedanken da dran, die natürlich emotional aufgeladen sind. Wie wichtig ist der Kontakt mit jemand, der das selber erfahren hat oder jeden Moment erfährt? Ich halte ihn für sehr, sehr wichtig. Also er war für mich sehr wichtig und ich habe Leute gesehen, die auch aufgewacht sind, aber trotz ihres tiefen Aufwachens immer noch in bestimmten Persönlichkeitsstrukturen und Glaubenssätzen einfach gefangen sind. und da immer noch kein wirklicher Frieden ist, obwohl eigentlich die Erkenntnis vollkommen klar ist. Und daher ist schon, glaube ich, das Zusammensein mit jemandem, der das erfahren hat, von fundamentaler Bedeutung. Aber ich glaube, dass es noch viel wichtiger ist, dass wir uns selber ernst ernst nehmen in unserer Suche ernst nehmen, Weil nicht in unserer Suche, sondern uns ernst nehmen in unserem Hier-Sein. Weil die Suche ist ja auch nur eine Idee im Kopf. Und das ganze Schüler-Lehrer-Spiel und Guru-Spiel und so weiter, da könnte ich jetzt auch noch viel drüber erzählen, aber ist letztendlich ja einerseits eine importierte Geschichte aus dem Osten, die wir im Westen gar nicht so eins zu eins übernehmen können. Weil es da um Hingabe geht und um ein Gefühl, was wir hier gar nicht so kennen. Das ist wunderbar, wenn wir jemanden treffen, der auch hier im Westen das irgendwie transportieren kann. Aber für die meisten Menschen ist es nicht nachvollziehbar. Wenn man mal in Indien gewesen ist und wenn man mit bestimmten Lehrern gewesen ist, wie es halt in der spirituellen Szene auch der Fall ist, mag das in gewissen Maßen auch Sinn machen. Weil man sich vielleicht dann darauf einlassen kann. Aber für die meisten Leute ist sowas einfach unakzeptabel. Besonders in Deutschland, wo wir eine Art auf Hitler gehabt haben. Aber gleichzeitig tut es einfach gut, wenn man jemanden hat, der einem da einfach in Hand nehmen kann und dem man vertraut, der einem einfach ein Stück des Weges begleiten kann und einem sagt, wenn man irgendwelche Löcher reingefallen ist oder irgendwelche Vorstellungswelten wieder mal auf den Leim gegangen ist. Aber eigentlich, für die wirkliche Erfahrung, braucht es letztendlich keinen Lehrer. Ich glaube, dass jemand, der konsequent für sich selber das verstanden hat und das in aller Konsequenz geht und Hilfe annimmt, die nötig ist und auch so wach ist. Das ist natürlich eine Reife, Frage der Reife. Ob jemand so wach sein kann, dass er all diesen ganzen Kram in sich erkennen kann und sich am richtigen Moment vielleicht an jemanden wieder wendet, wo er sich Hilfe holen kann und im nächsten Moment sagt, okay, danke, jetzt habe ich es verstanden, zum Gestalttherapeuten geht und irgendwie nochmal seine Kindheit sich genau anguckt oder irgendwas und danach sagt, alles klar, danke, jetzt kann ich weiter in meiner Präsenz bleiben. Ja, die Hilfe taucht auch dann auf, ne? Das hört man immer wieder. Die Präsenz, die Gegenwärtigkeit ist ja alles, worum es eigentlich geht. Wie kann ich wirklich in diesem Moment vollkommen in meine Präsenz kommen? Wie kann ich hier und jetzt an diesem Leben wirklich teilnehmen? Wir leben ja alle nicht, wir denken ja alle bloß. Wirklich, wirkliches Leben heißt, dass ich wirklich fühle, dass ich bin, dass jeder Moment eigentlich, jede Bewegung hat, hat so eine Schönheit eigentlich in sich und ich verpasse, also ich verpasse das auch oft immer. Es ist eigentlich erst in der letzten Zeit, dass plötzlich auf einmal diese Schönheit von diesem Körper, der so sinnlich ist, eigentlich erst so richtig für mich erfassbar wird. vorher war das immer noch Theorie. Ich versuchte immer stiller zu werden und immer stiller zu werden und hab immer dran gearbeitet, dass ich irgendwie mehr Gegenwärtigkeit in mein Leben reinbringe und dass ich mich mehr verwurzelt. Obwohl es klar war, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich rutsche immer wieder in die Storys ab. Sobald ich irgendwie eine Weile vor dem Computer gesessen habe, sobald ich irgendeine Geschichte von jemandem mir angehört habe, hab ich wieder irgendwo weg. Aber wenn man sich wirklich anfängt, in diese Gegenwärtigkeit zu verlieben, das ist eine Liebesaffäre mit sich selbst eigentlich, mit seinem Herzen. Wenn man wirklich spürt, dass jeden Moment dieser feine Puls die ganze Zeit in uns macht die ganze das ist der Rhythmus, wo man mit muss. Und dass dieser Impuls durch den ganzen Körper geht und diesen ganzen Körper die ganze Zeit lebendig hält, immer in diesem Moment, mal wieder jetzt, 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 jetzt. Und dass das alles ist, was Leben ist und dass das die schönste Freude eigentlich ist, die wir haben können, nämlich einfach nur zu sein. Und was auch immer da in unserem Kopf alles so abgeht, wird von diesem Sein aus hier gesehen. Es gehört zum Sein dazu, die Welt gehört dazu, die Gedanken gehören dazu, die Vorstellungen gehören dazu. Aber sie werden alle von diesem Augenblick aus gesehen. Das Morgen ist dann, ist jetzt nur ein Gedanke. Meine Ängste, meine Vorstellung, was ich nachher zu machen habe, ist nur ein Gedanke, der in diesem Moment stattfindet. Und ich das anerkenne und dem konsequent folge und bereit bin für den ganzen Müll, der dann auftaucht. All diese abgespeicherten Dinge, all die Glaubenssätze, auf denen all diese Geisteskonstrukte aufgebaut sind. Das ist ja wie ein Haus, wo jede Etage in Beton gegossene Glaubenssätze sind. Wenn wir die so Stück für Stück abarbeiten, das ist jetzt, sagen wir mal, entdecken, denken, oh, ich glaube ja, das ist so, ich glaube zum Beispiel, dass ich das und das bin und das und das nicht kann oder das und das kann und dass ich das und das darstellen sollte und so weiter und immer wieder hinterfrage, oh, oder entdecke, oh, da bin ich wieder auf einen Glaubenssatz angelangt, boom, wieder ein Glaubenssatz. Und man geht quasi Etage für Etage für Etage, Etage runter, dann kommt man irgendwann mal wirklich am Boden an. Und da gibt es natürlich dann noch die interessanten Dinge, nämlich die, die wir uns auf gar keinen Fall angucken wollen, das sind die Dämonen im Keller. Schleimige Monster, denen wir auf gar keinen Fall begegnen wollen. Wenn wir aber da unten angekommen sind und immer mit dieser Bereitschaft und Konsequenz eigentlich dabei sind, dann können wir uns vor diese Kellertür setzen mit einer Tasse Tee und dann können wir unsere Dämonen, die da unten rumrödeln, die werden nämlich spüren, wenn wir still werden. Wir fangen nämlich an zu zittern und das kann auch richtig körperlich, in der Traumarbeit zum Beispiel fangen die Leute an zu zittern. Das ist wie, ich kann es nicht fassen, was da dann hochkommt. Aber dabei halt eben in dieser stillen Präsenz zu bleiben und dass sich alles, ich meine, und dann halt eben sowas wie Traumarbeit oder was auch immer man dann braucht, sich zunutze zu machen und einfach da zu sitzen, still, seinen Tee zu trinken, diesem Dämonen den Tee anzubieten und der springt an die Decke und macht und tut und versucht uns richtig irgendwie an den Arm zu ziehen und uns irgendwie zu bewegen. Wir ziehen nur immer nach und bleiben sitzen, bis der Dämon keinen Bock mehr hat und dann verschwendet er auch. Bis er genug Aufmerksamkeit bekommen hat, ne? Er braucht nur eine Weile Aufmerksamkeit, er möchte gefühlt werden. Es sind doch letztendlich nur Gefühle, es sind einfach nur Dinge, die wir einfach, die so schmerzhaft waren, dass wir sie irgendwie verkapselt haben. Wie ein Vorunkel irgendwie, den wir unter der Haut hatten und der sich verkapselt hat und das tut einfach weh, den mal wieder auszudrücken oder da ranzugehen und den rauszuholen und das ist alles. Der muss ans Licht, dann muss da wieder Luft ran und dann verheilt das langsam wieder. Und wenn ich das nicht alleine kann, dann gehe ich zum Arzt und lasse ihn mir rausschneiden. Aber das ist für mich das, was eigentlich hauptsächlich Stille und Präsenz und wirkliche Gegenwärtigkeit verhindert. Und dann ist das Leben so, wie es ist. Und mal ist es laut, und mal ist es still, mal macht es Spaß, mal macht es keinen Spaß. Aber ich weiß dann immer mehr, dass ich dieser stille Couch Potato finde, der da hinten sitzt und sich den Film von Arne anguckt. Und einfach egal, was da passiert, ob da tolle Dinge passieren oder ob da schlimme Dinge passieren, es ist nur ein Film. Klar, irgendwann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass aus diesem Sein heraus ist, dass dieser Film in so einer Art Dirigierung, dass es einfach wirklich zu einem Orchester wird. Dass ich halt einfach auch nicht nur hier zuschaue, sondern dass ich dann irgendwann, wenn mein Geist einfach so weit geklärt ist und runterkommt, einfach auch fähig bin, diesen Geist als Visionsinstrument zu benutzen und anfangen kann, vielleicht mit Klarheit auch die Realität so zu kreieren, wie es mir entspricht. Weil dann kommen die Dinge einfach so, wie sie zu geschehen haben. Und sie basieren nicht immer nur auf ähnlichen Ängsten und was ich vermeiden will und so weiter und so weiter. Aber wer ist das dann, wer das machen könnte? Das ist der Witz. Wer ist das denn? Der ist ja niemand. Das ist der Witz. Aber das ist ein kosmischer Witz, den der Denkende hier eigentlich gar nicht versteht. Der kosmische Witz ist ja, dass es letztendlich einfach nur ein einziges Geschehen ist. Dass auch diese spirituelle Suche, diese Entwicklung, diese inneren Kämpfe und die lange Zeit, die man scheinbar braucht, um irgendwas zu verstehen, aber nur ein kosmischer Witz ist. Der war verdammt fies mit mir aus und verdammt schmerzhaft. Also als richtigen Witz kann man den eigentlich gar nicht bezeichnen. Am Ende ist das ein Witz. Am Ende ist das ein Witz. Am Ende denkt man, da sitzt man denn da auch. Guck mal, war ist du noch damals? Ja, aber in dem Moment, wo man da drin steckt, ist das eine verdammt harte Realität. Aber letztendlich am Ende, also vergisst du es nicht. Man steckt sowieso drin, lieber mit Awareness und Klarheit und jetzt. Dieses ganze Weglaufen, unser Leben ist doch ein einziges Weglaufen vor dem, was wirklich wahr ist. Weil es ist erschreckend, dass das hier alles nicht wahr ist. Dass das, diese Leerheit in dem Sinne, von der er immer, die ist nun mal für den Geist absolut erschreckend. Weil wenn ich einfach still bin, dann verschwindet die Welt. Dann ist da nichts mehr. Aber das ist nur eine Vorstellung jetzt. Die Erfahrung ist halt die Erfahrung und ich finde es halt schwierig, wenn man gleich von diesem Absoluten immer ausgeht. Ich finde es einfach gut, beim Relativen erstmal anzufangen. Ganz einfach. Bei dem, weil das andere Rest ist alles Theorie. Wir sind so vollgestopft mit Theorien. Warum fangen wir nicht bei dem an, was wir wirklich anfassen können, was wir wirklich wahrnehmen können. Und das ist nun mal dieser Moment. Was dann passiert, ist vollkommen egal für diesen Moment. Ja, manchmal können Theorien auf mich auf jeden Fall relaxend wirken. Ja, klar. Also, dass man sich entspannen kann. Dafür ist es okay. Ich meine, das, was ich jetzt alles erzählt habe, ist ja auch nur eine Theorie. Es ist ja quasi eine Theorie, wie man das verstehen könnte. Jemand anders benutzt andere Worte und versucht es anders zu begreiflich zu machen. weil ich kann es ja nur so erzählen, wie ich es für mich jetzt irgendwie in Worte fassen kann. Und das macht für viele Leute Sinn. Die können plötzlich dazu in Kontakt treten und verstehen. Ich arbeite halt gerade an einem Buch über Revalion der Stille, wo ich quasi das, was ich jetzt vielleicht ein bisschen auch chaotisch habe, nicht sehr strukturiert, ist ja auch nicht so meine Art, aber versucht habe, so zu skizzieren, das alles mal zusammenbringen, sodass es vielleicht als Prozess möglich ist, das so für sich selbst anzuwenden. Und ich mache halt meine Erfahrungen auch mit Leuten, die dann irgendwie mit mir zusammen sind und versuche das wieder. Das ist ja auch für mich eine große Erfahrung. Das ist einfach, es ist einfach ein Geschenk immer mehr in diesem, in dem hier anzukommen, in dem zu sein, zu bleiben und zu erkennen, dass der andere ja einfach nur ein Teil von mir ist und wir zusammen quasi hier einen Tanz aufführen. Und wenn der eine quasi irgendwie ein bisschen was verstanden hat, er den anderen mal in der Hand nimmt und ihm einfach zeigt, wie eine Drehung funktioniert. Die äußere Form ist mir noch nicht ganz klar. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sich angesprochen fühlt von dir, der könnte dich auch einladen, in eine andere Stadt zu kommen und zu sagen, mach mal, du hast immer Satsang oder sprechst mit uns oder... Ja, klar. Also bisher ist es so, dass ich gehe einfach nur dem nach, was von außen kommt. Also zu diesem Kongress bin ich nur gekommen, weil da jemand war, der mich ernst genommen hat und für den das ein guter Prozess war und der gesagt hat, hey, komm her, mach das. Weil ich habe mir immer gesagt, also ich will das nicht pushen. Ich will nicht jetzt hier Flyer drucken und hier bin jetzt hier der und der und biete jetzt irgendwas an. Für mich muss das was ganz Natürliches sein, was sich langsam und organisch entwickelt. Und wenn mich jemand einlädt und sagt, hier, komm bei uns vorbei und wir machen das so und so, oh, klar, gerne. Und ansonsten bleibe ich lieber mit dem paar Leuten, die wirklich ernsthaft interessiert sind. Ich halte auch von diesen ganzen Massenveranstaltungen, ich glaube, dass das nur bedingt interessant ist. Es ist soweit interessant, dass man ja mal einen Geschmack davon bekommen kann. Und das vielleicht so, wie ich das jetzt so versucht habe darzulegen, dass es für jemanden auf einmal Sinn macht und man das für sich selbst anwenden kann. Aber ich glaube, dass die, also das, was ich dann mit Leuten wirklich teilen kann, um jemanden in die Tiefe zu führen, dass das eher in einem intimeren Rahmen stattfindet und ein gewisses Vertrauen braucht, was einfach auch eine gewisse Zeit braucht und eine gewisse Basis, dass dieses Vertrauen so weit da ist, dass jemand diesen Wahnsinn eigentlich überhaupt erst offenbart. Weil wir sehen das ja jeden Tag, diesen Wahnsinn, der in unserem Schädel stattfindet, aber wir schämen uns ist ja auch dafür, es ist ja auch, weil wenn man richtig genau hinguckt, dann muss man sich einfach nur schämen, was in diesem Kopf teilweise abgeht. Nicht immer, aber nicht alles, aber das meiste ist schon, was ich ist einfach ein ziemlich hässliches Viech. und um dieses das ans Licht zu holen und finde ich, braucht es einfach Vertrauen und es braucht auch Zeit und den Glauben an sich selber und den haben die meisten Leute ja gar nicht. Alle tun immer so, als ob sie einigermaßen durchs klar und straight das Leben gehen und in Wirklichkeit denkt jedes Ich von sich, dass es das größte Arschloch der Welt ist. Und da muss er ganz viel machen, damit er dieses Gefühl nicht hat. Und so kommt ein hässliches Monster zustande. Was aber letztendlich ja auch nur gesehen wird. Damit er wieder zurückkommt zu dem Sehen und in diesem Sehen immer stiller werden und immer liebevoller auch. Weil dieses Bewusstsein, dieses stille Sehen ist ja die pure Liebe. Es ist ja eigentlich das absolute das deshalb alle sprechen immer vom Herz und von der Liebe und so weiter und so weiter. Hört sich auch toll an, aber es ist immer wieder eine Vorstellung da, die auch auf Liebe und Herz und so weiter gepackt wird. In Wirklichkeit ist es ganz einfach. Hier ist ein Herz. Das schlägt. Das hält diesen Organismus am Leben. Ohne dieses Herz gibt es diesen Körper-Geist-Mechanismus. Definitiv nicht. Und es ist ein kleines Atomkraftwerk die ganze Zeit in meinem Herzen. Und die Explosion der Atompelz der findet eigentlich in meinem Schädel statt. Wenn ich das wieder zurücknehme und genau zur Wurzel von dem einkomme und wirklich mal in meinem Herzen einkomme dann bin ich still. Dann bin ich gegenwärtig und bin da. Und was auch immer dann auftaucht wird einfach gesehen und in Liebe angenommen. Weil dieses Bewusstsein dahinter hinter unseren Erscheinungen einfach pure Liebe ist. Weil es einfach nur schaut. Es nimmt uns vollkommen so an wie wir sind. Es sieht einfach alles. Und das ist dieser Punkt wo einfach alles in Ordnung ist wie es ist. Wo dieses dieses wo ich nicht mehr irgendwas da draußen hinterherlaufen muss. Weil ich meine dass mich jemand liebt oder Beziehungen und 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 sondern ich hier bei mir bei meinem Herzen wieder ankomme. komme ich zu Hause. Und dann bin ich in diesem Bewusstsein und dieses Bewusstsein ist reine Liebe weil es annimmt was ist. Und dann bin ich Die Fragen sind mir ein bisschen abhandengekommen, was ja vielleicht kein schlechtes Zeichen ist. Gibt es noch was, was aus dir raus will, was gesprochen werden will? Du hattest nach irgendeiner Methodik oder sonst was gefragt, oder wie, eine Form und so weiter. Es entwickeln sich quasi gerade Formen. Also ich halte halt Satsang für ein Auslaufmodell. Jedenfalls die Form, wie wir Satsang jetzt kennen. Was da kommt, was das ersetzt oder was da anders sein könnte, habe ich im Moment noch keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe auch ein paar Mal jetzt so Satsang gegeben und meine Erfahrung ist, dass einfach dann teilweise so eine Massivität auch bei mir durchkommt, die Leute, die normalerweise so stille, nette Satsangs gewohnt sind, eher erschreckt. Weil man dann wieder eine Vorstellung hat, wie denn so ein Satsang ist und was das dann wäre. Aber ich weiß genau, dass die Intelligenz, die hier das alles irgendwie vorantreibt, schon irgendeine freie Form finden wird. Und ich schaue einfach, was sich ergibt. Und da gibt es schon so ein paar Ideen, die ich aber erst aus der Erfahrung heraus so ausarbeiten will, bevor ich damit irgendwie rausgehe. Ja, du hast einen Blog, wo man Texte lesen kann von dir. Ja, das ist das Erste, wo ich das Gefühl habe, ich muss mal anfangen, jetzt rauszugehen, weil ich jetzt halt eben, das ist eigentlich, dieses Rebellion der Stille ist halt, ich glaube, ich habe es heute gerade ein bisschen sehr chaotisch irgendwie durcheinander gebracht, aber da ist jedenfalls ein Text drauf auf diesem Blog, Rebellion der Stille, Blogspot oder so ist das, glaube ich. Den kannst du ja da unten mit reinpacken noch. Und da versuche ich quasi in einem Text, das mal auf den Punkt zu bringen, im Groben, was für mich so die Basisstruktur ist. Und jetzt bin ich halt gerade dabei, das in dem Sinne in dem Buchform zusammenzufassen und damit rauszugehen. Und dieser Blog ist so mein erster Schritt, rauszugehen. Und dieser Schritt hat dann auch dazu geführt, und auch mit auf diesem Kongress halt zu erscheinen. Ja. Dann vielen Dank. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir.